so erledigt auch so ein Jahr und gar nicht mit dem Hochschule ja ich habe noch ein Schäden mit ja ja genau und so tief von den Schuhen jetzt geht's natürlich sooo 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 da gab's da weiß ich noch soweit im ersten Teil irgendetwas, was das mega abgefuckt hat und dann hierbei ich da so eine kleine Öffnung zu sehen einfach nur so eine kleine Öffnung in der Wand da bin ich ewig gehangen an der Stelle Scheiße, nicht immer wieder den falschen Spiel genutzt da habe ich ihn noch schon richtig zu spät alles noch was sooo sooo ich glaube die Etage natürlich alle der Reihe nach ab und zu gucken ob ich mich nicht sehen kann denn hier gibt Räume und von Römen können die Kisten dann auch nicht geben so 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 Das war's für heute. Wir haben noch ein paar Mal gesehen. Das war's für heute. Ich bin der Hüterin aufgeschloss. Ich bin der Hüterin und bin der Hüterin. Der Hüterin war die Schwanen. Oh, das stimmt. Er hat einen Wuhl gemacht. Ich bin der Gewaltin, aber auch ein bisschen gegründet. Ich bin der Hüterin. Ich bin der Hüterin. Ich bin der Hüterin. Ich bin der Hüterin. Ach, die Hüterin ist auch das. Ja, ich bin der Hüterin. Ja, ich bin der Hüterin. Ich habe mich auf den Kissen geplant, mit einem Freund zu finden, um die Bekleid zu finden. Ich möchte mich alle wissen, dass ich meine Liebe. Ich habe mich noch einen schönen Tag. Und ich habe mich noch einen schönen Tag. Und ich habe mich noch einen schönen Tag. Ich habe mich noch einen schönen Tag. Ich habe mich noch einen schönen Tag. Du bist so süß, oder? Du bist so gut, Rudoga. Du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so süß. Ja. Wenn wir jetzt noch wissen, was uns gegangen ist, ist das Ganze bestimmt noch viel interessante Gesprächstechnik. Da ist es aber nicht mehr. Mega. Was zum Teufel? Ich muss mal gerade so prüfen. Okay, das ist ein Haken der Wies. Das ist ganz schön. Ja. Hat er. Dankeschön. Ist ja süß, andere sind drauf. Okay. Ich habe wirklich 3 reingedrückt. 3 in Kombination. Ja, okay. Joach. Jetzt bekommt er eine Lgruppe in den Griff. Der aber, den shelfen nicht gleich. Mirken netöt der B一樣. Ihr wird etwas, was das应ernwo Apps zu USA zeigt. Die heute hat ein Haken auf den Ciao sch perdeuert. Ihr möge daran, dass er nichts passiert. Ach so, ein Haken war neu. 5 5 6 5 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 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 20 ich bin ich bin auch ja Ich bin der Aufkau? Ja, ich bin der Aufkau. Ich bin der Aufkau. Oh ja, ich bin der Aufkau. Ich bin der Aufkau. Ja, die Art hat definitiv nicht. Du, das ist ein wirkliches Köter. Ja, ja, keine Panik, ich mach den Pause so lang, wie ich brauch. Ich hab das Gefühl, ich muss das aufziehen. Wenn ich mich da reingucken kann. Okay. Wir haben sogar teilweise denselben, ne, ich sag mal, Rätselrolle eingebaut. Ich find's jetzt irgendwie ziemlich... Ne. Fällt mir gerade irgendwie. Soll ich jetzt drauf hingehen? Nein, das ist wirklich da. Da ich bin der Weg, ich mir nicht, ich bin der Weg. Da, da, da. Oh, das ist die Frage garantig, wie du willst, ich wenn ich wieder die Dämonen machen will. Uuuuuh. Da hab ich den ersten Teil gekotzt. Darum muss man nämlich gar nicht bestimmt die Gegner killen. Was an sich nicht das Problem ist, machten wir davon, dass die Gegner scheiß schlafen. Aber die Tatsache, wo die Gegner zu finden sind... Sagen wir mal so, es ist nicht gerade einfach, einen japanischen Wegbeschrauben zu lesen. Wenn ihr versteht, was ich meine. 13! 13! Fuck du! Na doch, doch. Oh man, die da hinten lege. Das ist die auch hier. Bảo. Wär! Bảo! Wär! 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 Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Töööööööö... Bitte raining... Ja, gut, föhren zuện. Ach, comm! Sooooooo, aber kann das auch... Ah, bis ich doch vielleicht nur noch ein Raum möchte. Gut, dass ich nämlich auf der anderen Seite raus bin. Das ist das also auch nicht gerne. So, ich werde jetzt einfach meine Fläche aufladen und dann... ...ich werde ich mir zurecht und sehe, dass da ein Blockkampf noch... Ah ja, das ist wirklich... Ja, da... 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 da.... da... 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 da.... da... da...... ... da.... 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 da... da.... Dafür muss ich die Titel hier hoch verschieben, müssen wir damit eine Erlängerung bauen. Ja. Nein. Ich komme mit der Steuerung wieder. So, klar. 2-2-5-8-0-0-0-0-0-0-0-0. So, verwundere es mal. Das alles mit dieser dramatischen Musik ich immer noch um mich zu sehen. Äh, jetzt mal... Kommt. Ja. Wie gesagt. Das ist immer schade. So. So und jetzt knüpfen wir uns nachdem wir uns in die Maschine vorbeigekämpft haben. Ich glaube, wenn wir uns vorbeigekämpft haben... Wenn wir an ihnen vorbeigekämpft sind, gehen wir wieder hinunter, gehen wir wieder in unseren Haugen hinein und gehen auf den Ausgang herauf. So, los geht's! Fuck, ich hab's gewusst! Wohl! Ich hab's gewusst, ey! Ah, scheiße! Meine Katze! Nein, Wunu! Oh, die Katze verletzt! Let's go! Ich hab's gekillt! So ne Scheiße! Mitten im Changeling! Ich kann... ich kann kotzen! Ich hab's gewusst! Wenn ich nicht mehr auf! Hey, die lege... Wenn ich nicht mehr auf... Super! Ich... ich geh grad einen Anwalt... Alter! Hahaha, shit! Okay, das war einfach so. Ich sehe, aber ich kann es nicht mehr. Genau, ich kann es nicht mehr. Okay, so... Ich sehe, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. But noch nicht mehr. Ich sehe, wenn ich die Datei voran muss, dass ich empfehle, dass ich mich, weil mTeile bis dahin war. Wie viele Jahre alt war ich schon vor. je Thought, Sie Gesprächshere, dann müssen wir sondern machen, wir seh ich nicht mehr an pisstatt auf semu. ч viere nächsten Mal. Ich sehe, dass du hierhin complet begleiben. Boah, fick dich! Fick dich! Du Hure! Ah! So eine Scheiße, Alter! Ja, will ich doch mal versuchen. Ähm... Ich hatte den Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit nicht umgestellt. Das verkehrt doch einiges. Ich hatte den Schwierigkeitsgrad die Schmutzung. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, du Huga. Ich weiß nicht, dass ich einen Erinneren soll... Ich kann das aber auch was auch vom 17.0 um dich. Ich werde mich immer wieder auf dependen, wenn zu stark sein. Ich bin nur stärker geworden. Weil ich noch stärker bin eigentlich! Und wir werden nicht stärker, aber es werden dann stärker. Ich habe eine Erinnerung, sehr, sehr schönes Zukunft. Error... ...魂... ...汚染... ...侵攻... ...魂... ...汚染... ...Kontrol... ...Know! ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Aber ich weiß, dass ich mich nicht so gut bin. Ich weiß, dass ich mich nicht so gut bin. Ja. Aber ich weiß, dass ich eine Origin-Volt mache? Ich weiß, dass ich die Maran weiß. Ich bin zurück in den Haus. Hey, hey, Judo-kun. Wie ist das? Ich bin... Ich weiß nicht. Yo! Wieder was beschlossen. So, ich glaube, wir haben auch schon. Oh Gott, ich muss ein paar Bänder später haben. Es war viel zu lang. Nein, 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 nein. So läuft das nun nicht. Ich glaube, den gleich zu sehen. Ihr bekommt dann wahrscheinlich sowieso, wie ich hatte bekommen, um zu sehen. Von daher möchte ich nicht gelassen sein. Aber für mich sollte ich das jetzt schneiden. Also, nach der Aufnahme. Ich glaube, wir müssen das aufhinelen, und ich glaube, wir haben das bei einem hoher, nicht, ich habe es ein paar Rechte. So, die machen wir jetzt, ich bin der Karte. Ja, weil ich außerhalb des Karte nicht ausfüllen. Ich bin der Karte, ich bin der Karte, Ja, ok. So wie dazu. Also das war wohl Astro Boss gespielt. Hätte ich eine Schwierigkeit gehabt, die man nicht mehr durchfällt, aber das ist ein bisschen spannend, weil wir wurden einfach so einen Schlüssel-Konferen. Trotzdem habe ich noch einmal geklitten, fast auch. Aber gut. War auch so gut zu erwarten. Ja, das ist ein bisschen schwierig, als ich die ganze Zeit im Rücken auf Chaos rumrenne. Weil die gehen nämlich so oder so One-Hitten bei so zehnfachen Schaden. Und hätte ich jetzt noch einmal in den Turm reingemusst, kann ich so leben. Das schaue ich jetzt auch mal nach. Und das ist schon so lange, dass ich das eh zu sehen bin, weil es eh lecker ist. Ja, auch. Das heißt leicht. Nein. Das ist halt... Ich hab da gelassen. Ich hab da das jetzt gelassen, kann man nicht sagen. Natürlich auch falsch, natürlich. Ich hab da gelassen, doch... Welcheil ist? Haha! Jede! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Aber... du warst ja nicht... Was war das, Aya? Da steht was Rotes, denn da sind ja was Rass. Was war das, Aya? Ich glaube, es war das, Aya, aber es war das, Aya. Aber es war das, Aya, nicht zufrieden. Ich habe das, Aya. Ich habe das, Aya. Ich habe das, Aya. Das ist, dass es nicht möglich ist. Ja. Das war's für heute. da ist die Lüste Schicksal ist wir schlagen die Argumenten Wow, es ist eine gute Frage. Ich habe gesagt, was wenn ich mich zur Vergangenheit der Heiligen Gehirn um Experience herunterricht habe... Ich habe das Gefühl, dass ich eine Stabilität von Gehirn ging. Ich bin dafür gekommen, aber es ist es wohl... Ich hätte nicht so wollen... ich habe es genau für deine Anwesenheit... Ich habe es gedacht, dass wir daslaughing, wenn du damit bist, aber ich habe es sicher... Das war's für mich. Ich möchte auch noch etwas machen. Ich werde auch mit mir helfen. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Einmal jemand! Ich möchte die Kupfer Ich möchte die Kupfer Ich möchte die Kupfer Okay. Wir nehmen uns noch. Hehehe, geil. Den Skimm will ich in Fall haben. Weil wir hier unten sind. Haben die. Haben die. Haben die. Und die Lecker. Einige neue Viechtchen. Den rutscht ich auf keinen Fall aus. Denn der sorgt dafür, dass man nur einen einigen Schadenspunkt holt. Der war im ersten Teil für eine Trophäe sauwichtig. Weil man den Gegner sonst einfach immer zu killt hat. So. So. Ich werde mal sehen. Ich hatte ja dabei die gute, dass er so einfach genau ausdrücken kann. So. Du bist das. 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 auch bei der Oberfläche jeden zweiten Teil über die Stuttgart von Spiegel und die Stuttgart mit dem Markt haben die neue Jahr die Städte wenn ich nicht dabei nicht mehr Prozent Ja, gut. Also, ich beende den Podcast jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Rimpize-Let's-Play Tales of CDR 2. Ja, sehr interessant. Okay, Leute. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.